Im Touch Tomorrow Stream stellen wir Schülerinnen und Schülern Themen und Technologien der Zukunft vor, inspiriert von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also den MINT-Fächern. Jeder Stream hat dabei ein Themengebiet im Fokus und erklärt, welche Technologien heute bereits genutzt werden, was es für aktuelle Entwicklungen gibt und woran noch geforscht wird. Dabei wollen wir aber nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern erklären einfach und anschaulich die technischen, physikalischen oder chemischen Details dahinter. Wir binden informative und unterhaltsame Videos sowie veranschaulichende Bilder ein. Die Inhalte, die wir während des Streams teilen, können gespeichert und nach dem Stream über unsere App wieder aufgerufen werden. So geht nichts verloren. Für besonders Interessierte gibt es weiterführende Inhalte zum Mitnehmen. Unsere Streams sind keine Einbahnstraße. Wir sind interaktiv, das heißt die Schülerinnen und Schüler können und sollen sogar den Stream mitgestalten. Jede kann im Chat Fragen stellen und diskutieren und übers Handy bei Umfragen und Quizzen mitmachen. Neben dem Blick auf die Technologie beleuchten wir aber auch, welche Berufe hinter den neuen Erfindungen stecken und warum es sich lohnt im MINT-Bereich durchzustarten. Wir zeigen, wie man spannende und vielleicht unbekannte Studiengänge und Ausbildungen finden kann und wer als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner an der Schule vor Ort ist. In Kooperation mit der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit. Ziel ist zu zeigen, wie viel MINT im Alltag steckt und wie spannend die sich ständig entwickelnde MINT-Welt ist.